Hallo! Hast du schon mal gehört, wenn jemand sagt, die Katze schleicht auf leisen Sohlen? Genau genommen ist das nicht richtig. Eine Katze schleicht zwar leise, aber nicht auf ihren Sohlen, sondern auf ihren Zehen. In diesem Video lernst du die anatomischen Ursachen für die drei Trittarten Sohlengänger, Zehengänger und Spitzengänger kennen. Was bedeutet überhaupt Sohlengänger, Zehengänger und Spitzengänger? Hier erfährst du es. Fangen wir mal beim Menschen an. Wie sieht der Fußabdruck aus, den ein Mensch hinterlässt, wenn er barfuß, zum Beispiel durch Sand, läuft? Ungefähr so, stimmt's? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Vielen Dank.